Olli und Schöner, Sie sind aus Düsseldorf. Wir haben eine besondere Mission heute. Grüße gehen raus an den Berufskollegen Erne, YouTuber-Influencer, sage ich jetzt mal, der einen Zutjub-Döner hier in Düsseldorf eröffnet hat. Das Ganze mit seinem Kollegen Immobilienmarkter zusammen. Ich habe eben so ein Dings gelesen, so ein Zeitungsartikel, der hat sich einfach gedacht, oder die haben sich gedacht, ich habe das gegessen, haben sich gedacht, Geschmacksexplosion, das müssen wir an den Start bringen. Haben eine Franchise-Lizenz erworben, das Ganze hier am Start gebracht, wird im Simitbrot serviert, voller Brotart. Kennen viele dieses süße türkische Brot im Ring, nur da wird es halt jetzt als Sandwich gemacht. Söhner kennen wir auch. Söhner ist auch eine Zutjub-Döner-Kette. Ballert das mehr als Söhner. Die Fragen werde ich euch beantworten. Wir sehen uns direkt hier beim Laden. Da vorne ist er auch schon. Zutjub and chill. So, also bevor das jetzt auch in den Laden reingeht, kussi, kussi nochmal an Onkel Marcel. Der hat mir dieses Mal den Tipp gegeben, ich bin heute sogar zwei Tage nach Neueröffnung da und ich wollte schon vor vier, fünf Tagen hin, habe es nicht geschafft, die wäre ich hingefahren, hätte nicht mal aufgehabt. Also ich bin wirklich echt immer fix, da muss ich mich mal selber loben. Moin Jungs, grüßt euch. Alles gut? Habt ihr schon gegessen hier den Döner? Super. Super, ja? Schmeckt geil? Ja. Boah, guck mal, was für eine Kette, ey. Was für eine Kette. Auch special Geruch, riecht wie ein Hähnchenladen, tatsächlich. Sehr chillig aus. So, wir haben hier einen Kollegen da, ich habe dich gerade gefragt, Vergleich Söhner und dieser Laden. Was würdest du sagen? Söhner ist auch lecker, 8 und 10, aber hier ist so Neukaufelkonzent. Ist viel besser, sagst du, ja? Geil. So, die waren echt krass am letzten Mal. Okay, also auf jeden Fall Unterschied vom Produkt. Ja, auf jeden Fall. Geil, Mann, danke, danke, danke. So, ich habe sogar die Ehre, ich darf hier kurz einmal hinter den Tresen. Ich habe hier den Laden verantwortlich nach dem Start. Wie ist dein Name? Ozan. Ozan? Genau, richtig. Ach, geil, Mann, geil. Ja, ich habe da schon vorher ein bisschen gestalkt, das Konzept und so. Ja. Ist ja, sag ich mal, ähnlich wie bei Söhner. Ja, ganz genau. Kann man sagen, wie du den Unterschied noch sagen konntest? Ich habe da leider noch keinen gegessen, aber du hast da schon gegessen. Ja, ich werde auf jeden Fall, ich werde so, sag ich mal, meinen direkten Vergleich dann auch äußern. Sehr, sehr gut. Das ist ja von so einer Suju-Kette. Das hat in Krefeld angefangen, ja, jetzt Düsseldorf, Kreuzstahl, Lönchengladbach und es geht weiter. Würdest du sagen, das Erlebnis ist wirklich, wie wenn man, viele kennen das ja zu Hause, Suju in Scheiben schneiden, in die Pfanne, Döner machen, würdest du sagen, ist ähnlich? Ist nicht dasselbe, auf gar keinen Fall, denn unser Suju-Geschmack ist auf jeden Fall etwas milder, weil es verträgt einfach halt nicht jeder. Ja. Wir essen das auch zum Frühstück, ja, aber bei vielen Leuten verursacht es einen extremen Knoblauch-Geschmack, Sodbrennen, deswegen haben wir dafür gesorgt, dass unser Suju-Geschmack etwas milder ist. Statt. Also gut, dann werde ich hier einmal nochmal so ein bisschen drauf filmen und dann machen wir mir einfach Döner, würde ich sagen, okay? Sehr, sehr gerne. Geil. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass du keinen Kälsoße hast. Keine Kälsoße, Mann. Ja, der weiß Bescheid, ich nehme keine Kälsoße oben drauf und sonst sage ich mal einfach so eure Klassik-Variante, würde ich nennen. Sehr, sehr gerne. Geil. Guck mal, hier auch recht basic, also nur Tomaten, Schwiebeln und Eisberg habt ihr, ne? Geil. Geil. Dann nehme ich Honig, Senf, ich feier Senf und Knoblauch einfach dazu. Schau mal, was machst du von hier? Geil, lieb. Ja, was hast du deine Empfehlung? Mein Favorit, Jalapeños und Schafskäse. Ja. Ja, Röstriblen sind natürlich auch geil, wirst du entscheiden. Was hast du, Gurken? Auch geil. Ich nehme Gurken und Jalapeños, das wäre so meine Kombi jetzt. Gurken und Jalapeños, okay. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Dann muss ich sagen, lass dich schmecken, ja? Ja, geil. Danke, Brudi, danke, danke. Ich probiere, ich komme gleich wieder. Jetzt müssen wir erst mal schauen, dass wir ihn Platz finden. Hier können wir aufnehmen, Leute, hier können wir aufnehmen. Er sieht gewaltig heftig aus, das muss man sagen. Er sieht richtig, richtig gut aus. Ich werde das mal einmal kurz hier hinstellen. Rein optisch krass, mit der Honig-Sanf-Soße noch. Die Farbe, Abgebung einfach, mit dem roten, mit dem gelben, mit dem frischen Salat und so. Rolle ist im Game. Dann werden wir mal schauen hier, was der Kollege hier jetzt bringt. Schöne Kombi mit den Gurken und der Soße. Soße bockt schon mal. Dieses Gurkenfeeling ist ja irgendwo auch immer so ein Gefühl, was einen an einen Burger erinnert und das ist beim ersten bisher auch. Das Sucuk ist wesentlich weniger intensiver, als man wirklich denkt. Man denkt, man hat da halt so einen überwältigenden Sucuk-Geschmack, aber es ist nicht der Fall. Es ist deutlich zurückhaltender als gedacht. Das Sucuk ist auch eine Wurst, klar. Ich sag mal, nicht nur eine Wurst, wie man sie normalerweise kennt. Also herbelegtes Brot mit Wurst. So dieser Wurstcharakter, wisst ihr? Hey, grüß dich. Zufällig hier seid oder was? Ja, ich bin gerade gekommen. Geil, Mann. Geil. Grüß dich. Schön, dich kennenzulernen, Mann. Schön, dich kennenzulernen. Danke, danke. Bonte hat mir von deinem Projekt erzählt. Was glaubt, Leute, er lässt du allrede hier. Wir haben sich sehr gewundert, sag ich mal, dass du dieses Projekt ins Sucuk-Döner gegangen bist. Ist das so, weil das bei dir komplett irgendwie so seit Jahren immer nur Sucuk-Döner voll Bock drauf gehabt oder wie kommt das überhaupt, dass du jetzt Sucuk machst? Ich frage das Sucuk generell. Ich war dann mal bei den Jungs in Krefeld, dann haben wir das von denen übernommen nach Düsseldorf. Ich dachte mir halt, das gibt's noch nicht hier. Und die Leute haben auch gesagt, es ist eine coole Idee. Und das ist ja auch was anderes, weil Döner gibt's an jeder Ecke so, ne? Ja, hast du recht. In Düsseldorf gibt's, glaube ich, auch nicht, man gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Okay, krass, krass. Und dann bist du jetzt gerade rum und hast einfach nur mal nach dem Rechten geschaut, so mehr oder weniger. Cool, die. Ich werde hier ein bisschen noch weiter snacken einfach. Ich würde sagen, du lässt dich einfach überraschen von meinem Video. Easy, easy. Und, äh, hat mich auf jeden Fall gefreut, die war Campslandy. Danke, danke, danke. Ja, cool. Scheiß, hab ich mich auf euer Auto gestellt. Ey, seid ihr sauer. Letzter hat mich noch mein Kollege... Echt, Jungs, sorry, mein letzter hat noch mein Kollege gesagt, mach das nicht bei den Leuten, die regen sich übelst auf. Ja? Ja, danke, Jungs, danke. Haut rein, dann mach's gut. Ciao, ciao. Also, weiter geht's. Mir fehlt die Power in dem Produkt. Brot, nicht ganz on point. Ist jetzt aufgeplatzt, passiert, kann allen passieren. Schwer zu sagen, Leute, wie ich das Brot beschreiben soll. Mir fehlen jetzt einfach auch irgendwo ein bisschen die Worte. Wird ja selten, aber Brot, oh, fehlt mir das gewisse Etwas vom Biss nicht ganz so perfekt. Und Sucuk fehlt mir die Intensität. Söner macht das auch, die fahren diese Philosophie und sagen, wir dürfen es nicht so intensiv machen. Ich peile das aber nicht so ganz. Macht es so intensiv, die Leute erwarten es. Fehlt mir die Power. Also, ich hätte jetzt gesagt, knapp schlechter als Söhner. Knapp schlechter. Söhner habe ich eine 7 gegeben, nicht im Döner-Rank, sondern einfach so 7 von 10, was ja in Ordnung ist. Hier hätte ich eine 6 gegeben. Ich finde es wirklich in Ordnung, aber mir fehlt, fehlt die Power. Ja. Ich werde vielleicht nochmal versuchen, der Power einzuheizen mit einem anderen Produkt da, dass das Video hier richtig geil rausgeht. Das würde mich freuen. Gucken wir mal, gucken wir mal. Also noch, ich nehme das gerne hier auf. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die haben gefühlt alle eine 10 von 10 hier gegeben, weil die alle krass abfeiern. Übertrieben geil, sagt ihr, ne? Ja, ist sehr lecker. Also, da seht ihr mal, probiert das Ding aus. Alle, die ich gefragt habe, waren absolut begeistert, ne? Also, 10 von 10, ne? 10 von 10? 8,5. 8,5. Okay, aber der Rest sagt 10 von 10. Geil. Danke, Jungs. Danke, danke. So, also wir gehen in Runde 2. Jungs, wie schnell bist du? Wie schnell bist du? Wie schnell bist du? Überall schnell, ne? Überall direkt am Start, Mann. Ey, ja, ja. Geil, Mann. Ja, ich wusste selber gar nicht. Erst seit zwei Tagen auf hat der hier, ne? Ja, Mann, ich bin viel zu schnell, Alter. Ja, Mann, ich dränge mich nochmal vorne durch, mache nochmal ein, zwei Aufnahmen. Ich habe gesagt, ich fand den gut, aber so diese Intensität, wo ihr gesagt habt, da habt ihr runtergeschraubt, hätte ich mir von der Sujuk noch mehr Power gewünscht. Das habe ich nur gesagt. Ja, das ist halt, ja, klar, verstehe ich, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir haben extra so ein bisschen die Intensität runtergeschraubt, damit wirklich jeder... Für die Allgemeinheit, so, ne? Damit die Allgemeinheit das essen kann, ganz genau. Hättest du noch irgendwas im Programm, wo du sagen kannst, holle Probe das mal, da kriegst du wahrscheinlich die Power, die du wolltest. Also, wenn du jetzt sagst, ich will mehr Sujuk nicht machen, da vielleicht nicht, aber ich kann dir auf jeden Fall noch mal einen anderen machen, nach anderem Geschmack, dann kannst du auf jeden Fall noch mal probieren. Ja, komm, wir machen noch eine Runde, zwei, irgendwas mit ein bisschen mehr Power, vielleicht doch noch Käse rein zum Beispiel. Käse gibt immer noch ein bisschen mehr Geschmack. Okay, okay, ich mach dir was Schönes. Genau, kreier mir mal irgendwas Geiles, wo du sagst, das bockt. Perfekt. Ohne diesen Käse tatsächlich, da bin ich nicht zu der Zeit. Genau, Schafskäse nehme ich noch einen. So, da ist der. Ich sag euch, ich fühl mich wirklich schlecht gerade. Ich fühl mich wirklich, wirklich schlecht. Das Einzige, was ich einfach gerne würde, wäre jetzt lügen. Sag ich euch wirklich, ich würde gerne einfach lügen und sagen, das ballert mich richtig weg. Wirklich, das ist richtig tief bei mir gerade drin. Aber ich kann es nicht. Wenn ich etwas sage, dann muss das ehrlich sein. Oh, Scheiße, Leute. Ich hoffe, der Ball hat jetzt deutlich mehr geröstet jetzt. Geile Geschmackskombi von den Soßen. Die Soßen sind geil abgestimmt. Geiler Quatsch von den Zwiebeln jetzt. Was das angeht, schon mal sehr gut. Die Soße hat auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr. Es spielt ein bisschen mehr Musik. Da hat sehr leichte Schärfe drin bei der scharfen Soße. Ist ja nicht immer so bei den scharfen Soßen. Ich sollte jetzt erstmal zu Ende snacken. Dann kriegt ihr noch ein paar Worte von mir. Das ist ein Gesamtfeeling von mir. Also ich bleib so bei der Benotung. Es ist wirklich ein leckeres Ding. Keine Frage. Es ist ein leckeres Ding, wo ich jedem empfehlen kann, das einfach mal zu testen. Sucuk Döner alleine vom Ding her. Sucuk. Wer liebt nicht Sucuk? Mega Konzept. Bei mir hat auch jetzt bei denen, dem zweiten Döner, im Tiefgang, wenn du rein beißt, gerade an dem Moment, wo du denkst, jetzt kommt die Explosion vom Geschmack, hat mir die Intensität gefehlt. Abgesehen von den Soßen, dem Käse und so und den Gurken, was sehr intensiv war. Da hat mir schlicht und einfach mehr Geschmack gefehlt. Ganz einfach und simpel ausgedrückt. Da habe ich drauf gewartet, was kommt. Es kam aber nicht mehr Pfeffer hinter so. Also mir fehlen auch ein bisschen die Worte, Leute, weil es bockt mich ein. Es bockt mich wirklich einfach null. Null das so sagen zu müssen. Wie gesagt, nicht zu negativ verstehen. Ich suche immer so nach den besten Sachen. Und das alles entspannt. Unbedingt mal testen. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer auf mich, auch an die Community. Wie gesagt, alle getroffen. Alle waren hin und weg. Hin und weg von dem Ding. Ich hoffe, ihr gebt dem Sujuk Döner eine Chance. Dann hoffe ich, dass ihr trotzdem einen Daumen oben für mich da lasst. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.